Das sind die Momente, in denen es dir eigentlich nur zu egal ist, dass du keine Wengeringsentum hast. Und kein Fenster, das du aufholst. Du bist einfach mitten drin. Das ist halt schon schön. Du bist einfach so schön. Really? Ich fühle mich halt zu Hause im Wald. Schon als Kind habe ich eine grosse Zeit im Wald verbracht. Es ist wirklich ein Zuhause sein. Wir sind uns alle an eine Wohnung gewöhnt. Aber die Auswirkungen, die eine Wohnung hat, auf den Verstand. Es sollte immer drin sein, nur kurz rausgehen. Wir sehen das Wetter hier anstatt dort. Obwohl es hier Regen zeigt und dort ist Sonne. Aber wir schauen hier und sagen, oh nein, gehen wir nicht raus. Es ist nicht... Du bist nicht du so. Und der Wald, finde ich, der macht uns besser. Und darum wirkt er recht sympathisch. Also bei mir ist es halt einfach die grundlegende Frage gewesen, ob ich so weiter wie vorher. Weil ich habe vorher auch ganz normal gearbeitet, neun Stunden, fünf Tage in der Woche. Und bin einfach irgendwann zum Schluss gekommen, nein, es kann es nicht sein. Es muss mit weniger auch gehen. Und darum habe ich mich entschieden, in Walken zu leben. Und eigentlich mit sehr geringem Budget mein Leben zu finanzieren. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Es ist halt schon schwierig. Und weil das ist schon eine recht ungewisse Lebensart eigentlich, wenn es das so sehen will. Du lebst vor allem mit dem Mund. Ja. Das ist halt das. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Ende im Monat, am 25. Dein Geld auf dem Konto ist. Du musst aber auch nichts leisten dafür, dass etwas aufs Konto kommt. Du bist halt einfach jeden Tag selber verpflichtet, dass du da schaust, dass das, was du brauchst, dass das eigentlich vorhanden ist. Und das 5. Höhe geht das eigentlich recht dringend. Weil da geht jeder etwas einkaufen. Und dann hast du eigentlich immer für uns und für die Tiere mehr als genug. Also, so schlecht geht es uns nicht. Ich glaube es auch nicht. Ja. Das ist auch durch. Ja. So. Die Trainingssätze haben es schon vorge seams? Ja-ja, ja, ja. Seine Sätze haben es gerne bekommen. Haảo Gunter. Es gibt schon Leute, die dann sagen, dass er keine Hundensteuern zahlt oder was auch immer. Aber die sind eher in der Hungerzahl. Ja, eigentlich ist der Tenor grundlegend recht positiv. Ich glaube, das kommt uns auch noch zu gut, weil wir halt einfach selbsttragend sind. Also wir sitzen keinem staatlichen Unterstützungsprogramm, sei es Sozialamt oder IFO oder irgendetwas auf dem Portemonnaie. Also wir schauen einfach wirklich selber, dass wir eigentlich das, was wir zum Leben brauchen, auch irgendwie selber erwirtschaften können. Ich finde es eine sehr prägende Veränderung. Es ist nicht wie ein neuer Job oder so, es ist schon tiefgründiger. Ja, du lernst wirklich fürs Leben. Du hast gewisse Fertigkeiten eigentlich wieder und musst reaktivieren, wo du halt einfach gar nicht geschult wirst. Also zum Beispiel immer ein Feuer unterhalten, egal ob es nasses oder trockenes Holz ist. und die Anpassung an die Natur draussen wieder, dass du dich auch wieder als Teil davon empfindest. Ich denke, das ist schon eine riesige Umstellung. Wenn du aus einer Gesellschaft kommst wie unsere, die halt einfach arbeiten und Geld aufwerfen, eigentlich der Grundtenor ist von deinem Leben oder immer Heu- und Hopterbässe, und dann gehst du plötzlich so in die Ruhe zurück und kannst schon wieder dir selber sein. Also du hast ja auch Zeit für dich, die mit dir selber als Person und als Mensch auseinandersetzen können, im Kontext zur Natur. Ja, es ist eigentlich back to the roots. Du lebst bewusster. Du lebst bewusster. Du kannst dir auch mal eins wieder, dass du gewisse Sachen richtig schätzen kannst. Also wenn du mal irgendwo bei einem Kollegen oder bei einer Kollegin oder bei Bekannten eine Dusche reinnimmst, du schätzt das dann auch viel mehr, weil es halt einfach nicht Standard ist, es gehört nichts dazu. Es macht dich ja ein bisschen demütig, habe ich das Gefühl, wenn du dann eben so eins zu eins vor draussen lebst. Weil halt einfach ein warmes Feuer, ein heisses Kaffee, plötzlich einen ganz anderen Stellenwert bekommt vor Bedeutung her, als wenn du zu Hause irgendwie dann zum Bett durchschnagst, schnell in die Küche gehst, die Kaffeemaschine anwirfst und so. Ja, ich finde es angenehmer. Du hast mehr vom Leben. Du bist wirklich mehr dabei halt. Du lebst nicht so, ja, am Leben eigentlich vorbei. Du bist der Zentralpunkt näher eigentlich, oder? Du bist schon achtsamer von dem her. Ja. Offener. Und dann halt zu frei sein. Du bist halt einfach unabhängig. Also sehr, ähm, ich sage es jetzt mal so, nicht hundertprozentig, aber sicher zu achtzig Prozent selbstbestimmt. Du bist halt einfach immer noch das Kind der Gesellschaft, ob jetzt so lebst oder nicht. Du gehörst dort immer noch dazu, oder? Aber du hast viel mehr Selbstbestimmung über die Zeiteinteilung. Mache ich etwas? Habe ich mich still? Du kannst halt einfach wirklich, ähm, immer gleich, wie du lustig bist, kannst du entscheiden, wie, was, wann, wo. Das macht es halt schon aus. Ich glaube, das ist schon. Ich werde es nicht mehr aufgeben. Also ich werde das nicht missen. Ich werde es nicht mehr aufgeben. Ich werde es nicht mehr aufgeben. Ich werde es nicht mehr aufgeben.